einen schönen guten tag mein name ist solch 90 und ich zeige euch hier ist davor die xbox 360 fassung ja da mache ich da weiter wo ich letztens aufgehört habe nämlich mit akt 1 kapitel 7 zorn so dann kampagne fortsetzen das ganze spiel ich auf hardcore so und letztes mal genau hat der delta trupp den coltrain aufgenommen vom alphatrupp der war halt ziemlich allein gelassen so und jetzt sind wir hier auf jeden fall ist hier was dickes und lokus hat mich der eine noch erwischt noch ja ok wie gesagt es gab es aus meiner sicht relativ wenig schwierige stellen aber die waren schon ein bisschen glücklich halt je nach schwierigkeitsgrad bleibe ich mal hier hinten ich mache hier mal durch durchladen So, der zweite ist weg. Ach genau, hier ist noch ein Seher. So, einmal den Hammer drauf falten. Das war Nummer drei. Zentrale, hier Delta, bitte komm. Ich höre Sie, Delta. Laut und deutlich. Alle Seher sind neutralisiert. Machen uns auf den Weg zu Alpha. Das ist großartig, Delta. Stand by für Alpha. So, alle sehr... Hier ist Alpha. Wo zum Henker steckt ihr? Wer? Die Scheiße, Mann. Wo warst du? Delta-Trop ist im Haus der Souveräne. Over. Großartig. Wir werden von Troikas auf eurem Dach festgehalten. Verstanden. Bleibt ruhig. Wir schalten sie aus. Wir gehen nirgendwo hin, Sir. Delta out. Findet die Troikas. Feind in Sicht. So, Feinde kommen hier noch. So. Achtung, sie kommen. Ah, die Granate war. Hahaha. Okay, die Granate wird, äh... Äh, äh, sehr gut so. Komm mal kurz zurück. Äh, äh, die äh, sämtliche sehr wurden getötet. Halt. Halt. Somit haben die Chorsoldaten wieder Funkkontakt. Jetzt heißt es halt, äh, die Troikas... Ja. Ja, auf, auf dem Dach der Hauste souverän, äh, äh, mal schnell kaputt zu machen. So. Was noch mal hier. So, hier ist die Brücke kaputt. Da sieht man hier nochmal so ein Seher hier, so ein Toten. Ah, da gefällt noch ein bisschen. Hahaha. So. Okay. Äh, wann... Nee. Hier, Kaumarten. Äh, ich glaub hier nicht. So. Das ist nicht überhaupt noch der Hammer. Gut. Aber... Genau, den Hammer brauche ich ja noch. Für später. Da sind sie, Mann! Yeah! Alpha! Da sind sie, Mann! Wir können euch sehen! Wir hätten gerne eure Munition bei uns, und zwar jetzt! Wilco! Delta Ende! So. Da sieht man den Alpha-Trupp. So. Oh, ein bisschen Munition. Jetzt kommt natürlich die Frage, bald ich, äh, bald ich die Snap-Pistole wahl? An sich finde ich die, äh, ziemlich gut halt. Für, äh, für so brenzeltliche Situation, weil die schnell und handlich ist. Aber, die Boltock-Revolver, der hat halt einen Durchschlag. Das ist für mich. Ich glaub, ich bleib mal hier heute mal bei der Boltock. So. So. Da haben wir einen mit... ... mit ein Revolver. Sooo... Ihr Schneider! Okay. Der Knäscher! Ah! Schnell weg! Zack! Dom steht wieder! Oh, Munition. Perfekt. Das ist ein Träuker-Geschütz. So. Schnell durch den rechten Durchgang. So, jetzt kommen da noch ein paar Kriecher. Gut gemacht! Ah! Der Dom zersägt. Das geht ja mal gar nicht. Danke, Mann! Danke, Mann! Danke, Mann! So, das ist ein Lancer, nehme ich mal mit. So schön in den Rücken reinfallen. Schön in den Rücken reinfallen. Wie? Was? Wie? 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 kurz vor zurücklaufen hier war ein handgranaten perfekt jetzt läuft hier noch mal einmal kurz zurück ach da liegt noch ein bisschen munition aber bin schon voll einmal hier interessante bilder so kann ich noch ein bisschen munition irgendwelche bilder von so hochrangigen generell oder so hier eingestützt eingestürzt und feinde ach verdammt die lege wollte nicht mehr angehen da hinten brauche doch die handgranaten muss ich holen da wollte die säge vorhin nicht weil er mich so ziemlich angeschlagen hat mit einem schuss hier war noch mal munition was ich nicht brauche so einmal weg so das ist auch weg perfekt munition war hier noch was hier war nix okay die auf der näscher wechsel ich noch nicht welcher den hammer noch brauche das ist für mich das ist für mich ach verdammt äh zack geht doch mal schauen was da hinten nochmal gab es noch mehr handgranaten versperrte treppe so dann die treppen rauf das war früher mal ein schönes gebäude voller geschichte und voller lügen sie haben nerven soldat ich weiß alles über ihr verfahren sein verfahren war betrug über marcus gerichtsverfahren kurz mal eine kleine andeutung gemacht das ist ja es nur für mich wie ich habe ja hier das ist ja echt das ist ja ich habe ja hier das ist ja der Wir haben ihn nicht. Wir haben ihn nicht. Wir haben ihn nicht. So, einmal noch Ich glaube, das wird noch die letzten, den man kriegt, äh, in der Luft Ah, ne, da unten ist noch einer So Verstanden, sind jetzt im Abholbereich Haben Sichtkontakt Nix wie raus hier Nein, in den Dingern wird mir immer kotzübel Dann sitzt du wohl besser neben Markus Kommt ihr Papa Ja, 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 große Umarmung Wo ist Trojas? So UNTERTITELUNG WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sie kommen von der Seite! Ich freue mich über unseren Fortschritt. Sie haben wohl einen weiteren Trupp gefunden. Wir bleiben unserer Strategie treu. Wir werden sieben. Der Anfang wird sieben. Der Anfang wird sieben. lieutenant kim ist tot wir sind jetzt in der grabkammer und müssen hier wieder rausfinden positiv zentrale wir fallen auf der anderen seite des gebäudes ist ein hof das ist eure beste chance verstanden hier bleiben können wir auf keinen fall richtig du arsch die frage ist wer bist du eine bersagerin leise sie kann uns hören sie kann uns riechen oh man oh man wir sind am ende am ende zentrale hier delta es ist eine berserkerin in der nähe bitte um rad nicht schießen wirkungslos hast du noch den hammer der morgenröte die satelliten sind nur wenige minuten verfügbar bringt sie nach draußen und setzt den hammer ein er ist eure einzige schance ok wir wollen euch helfen und das werden wir auch tun so geht leise so aber so wie es aussieht ist jetzt hier der nächste kapitel porzellan laden somit lieutenant kim ist gefallen im kampf in ein normaler korps und das ist im kampf gefallen und jetzt haben die lokusse im beserkern auf uns geld ja gehetzt ja das finde ich nichts mal spielen so ich wünsche euch noch einen schönen abend noch und bis bald und tschüss